Wir von CLEAN Optimal bieten erstklassige Leistungen im Bereich Gebäudemanagement. Für Ihr Wohlgefühl liefern wir nicht nur eine hochwertige Qualität, sondern gehen dabei auch schnell, fachgerecht und vor allem diskret vor. Unser Leistungsspektrum erstreckt sich vom Innen- bis in den Außenbereich. Dabei übernehmen wir Aufgaben wie Büro- und Fassadenreinigung sowie Gartenpflege, Winterdienst und vieles mehr. Rufen Sie uns einfach an und lassen Sie sich beraten.